hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen minecraft mod review heute zeige ich euch die everything explodes mod so und hier sind wir auch schon wieder wir sind hier noch am schweben das dauert noch ein bisschen und ja diese mod ist ziemlich cool die ist wie die 1.10.2 und ja die möchte ich euch heute zeigen das ist keine große mod ist eigentlich so eine ja so eine abgefuckte mod die braucht man jetzt nicht so für minecraft play weil da wird man ja ziemlich oft sterben und zwar dass man ja ziemlich oft explodiert also explosionen sind hier überall und sieht man oben links schon dass der dass der modus gerade ausgestellt ist ausgestellt ist und standardmäßig ist auf x eingestellt mit den explosionen und ja dann können wir einmal x drücken dann dann machen wir mit dem auto jump und immer wenn wir den boden berühren explodieren wir wie man sieht ist ziemlich cool dann können wir noch einmal x drücken so nix dass der kamikaze modus das ist so wenn wir mit einem anderen mit einer anderen einheit also zeigt mit dem lebewesen zombie keine ahnung alles mögliche berühren kommen putz dann explodieren wir können wir mal gucken ob wir hier was finden da kürt so also deswegen kamikaze halt selbstmord ein bisschen und ja was soll das denn dann drückt man noch mal x und dann sind wir jetzt hier in dem hand grenade modus und ja wir können einfach mal rechtsklick drücken und wir explodieren und ich kann jetzt mal rechtsklick halten so dann macht das nur langsam ich mal ganz schnell drücken wir ganz schnell ah ok ich bin hier eingesperrt kommen wir erstmal hier raus hier so so jetzt sind wir ziemlich hoch und landen wir hier mal und dann gibt es diesen insane explosive mode da drücken wir einfach mal x so und wir machen gar nichts mehr der macht das durchgehend ich nochmal x dann aktivieren wir den und jetzt brauchen wieder ein bisschen zum runterfliegen ich nehme mal kurz hier was nehmen wir denn hier irgendwelche tierchen schweine ja nehmen wir die mal und platzieren hier haben wir mal ein paar das ist gerade ja ausgestellt und mal schauen dann rennen wir hier gleich mal durch mal schauen mit dem kamikaze modus was wir hier alles anrichten können so mh 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 so so kamikaze modus an und ja ich würde mal sagen ne warte dann machen wir noch mal ein paar mehr ich will nicht in berührung kommen so 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 jetzt rennen wir da durch okay und los oh oh jo also wir ne ich jetzt glaube ich okay okay jetzt jetzt sind wir oft explodiert boah jetzt schon der frame drops deswegen okay äh ja hier sind noch einige einfach hier mal ein bisschen säubern die ganze scheiß schweine weg so ähm ja das ist eigentlich auch eine ganz kleine mod also wenn sie euch gefällt das ist jetzt einfach nur so eine spielerei dann bleibt jetzt dran und wenn nicht dann lasst doch eine bewertung da und ähm ja wie ihr die mod fandet und joa wenn nicht dann sehen wir uns gleich noch äh auf dem desktop zur installation bis gleich so jetzt geht es mit der installation weiter auf dem desktop und wir brauchen nicht viel eigentlich nur die microsoft forge für die 1.10.2 ähm es kann auch sein wenn ihr das video guckt dann das vielleicht schon eine neuere version gibt und ähm ja dann habt ihr es einfach für die neuere version und dann müsst ihr auch nach der mod gucken für die neuere version das ist auch für die 1.10.2 jetzt in dem fall und ähm ja geht einfach in die beschreibung das wird wahrscheinlich auch die neueste version geupdatet sein vom modmacher also auf den ersten link der stop mod doppelpunkt dann kommen wir hier hin äh können wir uns hier nochmal ein paar bilder angucken die wir gerade nicht laden wollen ähm und ja die installation aber die zeige ich euch jetzt eben also einfach hier auf download now dann verbindet der in drei sekunden lädt er automatisch runter wenn nicht dann könnt ihr hier drauf klicken so jetzt downloadet er das ich verwerfe das jetzt weil ich das ja schon habe und dann geht ihr auf den zweiten link der ist fortstopp.de dort ähm kommen wir hier hin wenn ihr darauf klickt hat dann seht ihr hier mod 1.10 klickt einfach da drauf ich bin schon hier drauf und dann seht ihr hier 1.10.2 Recomment also die empfohlene version klickt einfach auf installer und dann hiermit ähm skip add und ähm ja könnt ihr die sachen auch runterladen ich mache das immer nicht ähm ja dann öffnet ihr einfach ähm das fände das fenster ausführen indem ihr die windows das und er gedrückt haltet dann erst öffnet sich das eben und dann gibt ihr dort ein prozent app data prozent mit doppelt p einmal auf ok drücken dann sucht ihr euren punkt minecraft ordner meines hier geht dort rein dort ähm müsste sich ein mods ordner wenn ihr schon mal mods installiert habt ähm befinden wenn nicht dann erstellt ihn einfach mods alles kleingeschrieben und zusammen wenn ihr den erstellt habt geht da rein und nehmt einfach die x ähm ja genau die modifikation hier und fertig so ähm jetzt müssen wir die minecraft forge installieren einfach einen doppelklick machen so ähm ja der minecraft fahrt sollte stimmen außer er stimmt nicht und bei euch dann müsst ihr den verändern und einfach das hier oben ausgewählt lassen und auf ok drücken wartet bis es erfolgreich installiert ist jetzt wie bei mir und dann drückt ihr wieder auf ok jetzt müsst ihr euer minecraft schon starten und ähm nur noch die version auswählen und dann ist es fertig ich zeige euch das eben so ähm bis er fertig gestartet ist dann geht mir auf profil editieren ihr könnt es benennen wie ihr wollt ähm und dann unter version und dann könnt ihr die ganzen nachgucken ich bleib hier weil ich die schon ausgewählt hatte auf der 1.10 äh punkt 2 ford auch noch mal auf die 1.12 blablabla ähm so drückt ihr auf klickt ihr auf das safe und dann bevor ihr startet achtet darauf dass es hier steht die version mit der ford und drückt dann wieder auf play oder was heißt wieder drückt auf play und ja jetzt startet es und ich kann euch zeigen dass es geklappt hat ja wie gesagt wenn es euch gefallen hat bewertung ein like ab und abo was weiß ich könnte ja alles gerne machen und ja jetzt warten wir noch kurz ab müsste jetzt sofort fertig sein komm haben wir machen ein bisschen schneller ähm ja dauert ein bisschen so jetzt hat er es glaube ich äh 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 doch jetzt dann gehen wir einmal stehen wir hier sehen wir hier mod vier mods aktiv gehen wir auf mods und dann sehen wir microforge aktiv und unsere modifikation die wir installieren wollten so ähm ja ich würde sagen kommentieren abonnieren und bis zum nächsten mal tschau leute